Soe Agent Uni. Und erzählen wir was. Ich habe eine Jimmy Bar. Ich muss Peachy befreien. Ich muss was essen. Jimmy Bar. Von hinten abgeschlossen? Kein Problem, du hast jetzt eine Jimmy Bar. Kann ich dich einfach nutzen? Oh ja. Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Komm. Ich fühle mich. Ja, du hast vergrottet. Falsch gegessen. Ja, deswegen ist es mir jetzt auch schön. Ich wollte auf die Karte gucken, wo ich hin muss. Da. Okay, dran denken. Nicht einfach so durch Häuser laufen. Und ich sehe einen Blitz. Was? Was will mir den Blitz sagen? Der Blitz ist hier drin. Ich will jetzt nicht hier jeden umbringen, der hier einfach so wohnt. Ich gucke einfach mal weiter. Karte? Ich gehe in die falsche Richtung. Hier sind noch die, die ich noch nicht kenne. Und ich keine Ahnung, was der Blitz soll. Aber okay. Ich muss ja auch nicht sofort alles kennen. Nein. Too many Penguins. Just lots of Penguins. Everywhere. Fieh mich. Hot. Fieh mich. Gold. Fieh mich. In the box. Ja. Ich habe nicht mal einen Apfel. Gut. Äh. Was haben wir hier? It's rain or sunny. Es regnet, du hast es, oder? To pay the toll. You shall not pass. Bring me a honeycomb. Or wait forever. Okay, ähm. Um hier durchzukommen, muss ich die Bienen... ...bedienen, die ich vorhin gesehen habe. Und das war's mit meiner... ...Nahrungsmittelverkichtung. Okay, ich brauche irgendwoher ein... Oh, hier ist was zu trinken. Ich brauche irgendwoher einen Bienenanzug. Einen Bienenschutzanzug. Wer mich vor Bienen schützt und nicht die Bienen schützt. ...und... 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 ...wenn der Tag zu setzen. Huh. Jeder ist ein Winner, sagt Simon. Tja. Wenn Simon das sagt, dann... ... wird das wirklich sein. Oh, hi. Hier wohnt keiner. Nur ein Bild. Von Männern auf Pferden. Okay, hier ist keine Wand, hier ist keine Tür... ...und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin irgendwo eingebrochen. Aber... ...die haben das echt schön gemacht, dieses Spiel... ...das... ...zufällig generiert wird... ...und... ...niemals gleich aussieht. Sonst würde ich mich nicht wieder besser auskennen. Denn eine Runde hatte ich schon gedreht. War sowas Spaß. Eine schnelle Runde. Kurz mal hin und her geguckt. Habe noch keine Quests irgendwie gelöst gehabt. Deswegen... ...ist das so wie das erste Spiel. Abgesehen davon, dass ich jetzt weiß... ...das von das ich jetzt weiß, worum es geht. Und ich klaue mir hier einfach mal ein paar Metallbits zusammen. Den kann ich auch mal wieder hören. Immer noch nichts. Nicht mindestens? Ja. Okay, ich habe sogar... Ich habe auch mit Jimmy, weil ich jetzt nicht genutzt habe. Und was haben wir hier? Blut. Großer, blutiger Stein. Okay. Zeigt mir aber nichts an Quests zu haben. Okay. Dann schaue ich mich mal hier noch ein bisschen um. In der Richtung, weil... ...hier muss auch noch irgendwas sein... ...was ich noch nicht erkundet habe. So. Die Kiste. Ich glaube, wir sind hier in England. Also... ...soll es zumindest darstellen. England, 1964. In einer alternierten... ...realität. Ah, jetzt habe ich schon wieder über die Jimmys. Ja, Jacks. Hier war ich ja schon mal. Der Kult ist Jack. Die nehme ich natürlich wieder mit. Die nehme ich nicht mit, weil ich nicht ernten kann. Aber die kann ich ernten. Kriege ich wieder ein Lots of Medipacks. Ja, vielleicht habe ich die Insel einmal umrundet. Und kennen sie wie meine Westen darstellen. Also... ...von der Karte. Ja. Was haben wir hier? Für ein Ausrufezeichen. Du brauchst noch die Pille. Kenn ich dich schon? Ne, das Ausrufezeichen kenne ich anscheinend noch nicht. Und ich hoffe immer nicht, dass es das da oben ist. Oh, den muss ich ja auch sehen. Ja, jetzt ist es wieder die... So, hier habe ich noch einen blauen Fleck. Hm? Was ist das hier? Start. Äh, haltet den Reläufer auf. Noch seh ich dich, noch seh ich dich, jetzt seh ich dich. oh scheint mir zu rot night blossom die wachsen nur nachts anscheinend okay ich wollte jetzt woanders hin hier ist es okay der läuft jetzt wahrscheinlich ständig im kreis oder ist ich wollte dem ständen hallo da brauche ich mir in die gasmaske ist das hier dann mein Haus ich bin hier und hier okay dann geht's los ich habe hier keine mercy muss hier kräfte auflösen oh gott ich habe den gerade ja ich mache jetzt mein medikit äh inventar da Thomas Dickens warum heißt er Thomas Dickens sitzt und lesen jeder ist am gewinnen sagt Simon die Bühne okay immer noch immer noch gelockt okay dann gehe ich mal hier oben guckt ich suche den auf und hier jetzt bestimmt weiter hoch denn ich habe irgendwie den noch nicht gefällt mit dem super hässliche Puppe und Tin Alarm egal jetzt bringe ich die Puppe zurück zum Maus äh okay wieder was gefunden was mir hilft passiv hoffe ich und ich habe eine Puppe befreit die zum Puppenhaus gehören Quatsch zum Baumhaus gebracht werden muss irgendwo da drüben gut gut dass ich wenigstens den da mit dem ich habe hey da jawohl und die zum in fern die die aus d die bis aber ich kann es ich dachte ich hätte noch und ich bin durstig und ich habe auf der karte in informationen gekriegt wo ich sachen finde da kann sich ja noch früh genug schlafen gehen so hier in der mitte ist da nach zeugs hier finde ich sachen ich bin genau auf der karte in der karte oder ja und da ich eh noch nach hause müsste zum schlafen also bleibst du hier vorbei ich bin zu spät für ein wichtiges date den läufer den fliecher fange ich auch mal nochmal aber erst mal kannst du mal kurz zu ich nehme hier mit für das 8kit mit lege das wieder zu den anderen die metalbits behalte ich syringes gebe ich dazu light bulb power cell empty syring kit Ja, ich weiß nicht, Holger. So, ich nehme mal kurz hier alles raus, was irgendwie halbwegs nützlich sein könnte. Mal gucken, was ich jetzt geklappen habe. So, schau, komm. Hier, basic love pick. Jimmy war. Ich weiß, was ich bekomme. Warum? Kein Platz im Inventar. Bis zum nächsten Mal.